Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4820. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Gewichtheben verbrennt Kalorien und stärkt meine Muskeln und Ausdauer. Das Gewichtheben verbrennt Kalorien und stärkt meine Muskeln und Ausdauer. In Deutschland gibt es ca. 15.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. In Deutschland gibt es ca. 15.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. So ist das Leben. Die einzelnen Teile müssen genau zusammenpassen. So ist das Leben. Die einzelnen Teile müssen genau zusammenpassen. So ist das Leben. Die einzelnen Teile müssen genau zusammenpassen. Der Vater zeigt seinem Sohn, wie die Gebärdensprache funktioniert. Ein Boot ist eine hervorragende Möglichkeit zur Flucht aus dem Alltagsstress und zur Entspannung. Bis gestern fuhr der Zug durch diesen Tunnel. Bis gestern fuhr der Zug durch diesen Tunnel. Die Strecke ist jetzt gesperrt. Hand in Hand gehen wir gemeinsam durch das Leben. Uns kann nichts trennen. Hand in Hand gehen wir gemeinsam durch das Leben. Uns kann nichts trennen. Ich sammle jeden Tag die Eier von unseren Hühnern ein. Ich sammle jeden Tag die Eier von unseren Hühnern ein. Ich möchte lernen, wie man sich rasiert. Ich möchte lernen, wie man sich rasiert. Ich möchte lernen, wie man sich rasiert. Ich warte schon seit einer Stunde auf Maria, denn sie hat einen Ersatzschlüssel. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und jetzt habe ich mich اب mit somewhere. Vielen Dank.